Falsche Rücksichtnahme Eine Waldlichtung, im Hintergrund ein Abgrund. A liegt in der Mitte der Szene, von links tritt B mit einem Fahrrad auf. Wehe mir, ein Speer in meiner Brust. Wehe dir, ein Speer in deinem Fuß. Dank, Dank für deine Anteilnahme, Fremder. Jedoch traf mich der Speer in die Brust, nicht in den Fuß. Wehe ihm, seine Sinne verwirren sich. Er kann Brust und Fuß nicht mehr unterscheiden. Ist es nicht der Fuß, der von dem Speer getroffen wurde? Wehe ihm, der arme Schelm hat sein Augenlicht verloren. Ich muss ihn bei seiner Meinung lassen, um ihn nicht vor den Kopf zu stoßen. Oh, nun merke ich's auch. Es war der Fuß, nicht die Brust. Leb wohl. Äh. Er verscheidet. B lauscht eine Weile, als er nichts hört. Der Tropf scheint doch tatsächlich gestorben zu sein. Wer hätte gedacht, dass Fußverletzungen so wirken können? B steigt kopfschüttelnd auf sein Fahrrad und fährt auf den Abgrund zu. Er verschwindet. Einen Schrei. Ah. Ende.